Dann gehe ich zu Daedalic an den Stand und führe mit denen ein eindringliches Gespräch. Ich sage denen einen schönen guten Tag. Mein Name ist der Daniel. Ich streame unter dem Namen Geek und Games auf Twitch. Und ich habe eine Abmachung mit Chat getroffen und musste meinen Teil der Abmachung einlösen und ihr Spiel durchspielen. Durchspielen. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein, ich frage Sie, ob Sie wissen, was das bedeutet. Haben Sie Ihr eigenes Spiel durchgespielt? Tun Sie das. Und bitte gehen Sie an den Europäischen Gerichtshof und lassen Sie dieses Spiel verbieten, weil es mentale Folter ist. Bitte. Mich hat das Spiel schon gebrochen. Tun Sie das keinen anderen an. Dankeschön.